Ja, da sind wir wieder beim Fässer-Fiasko zurück. Der NRWY18 wieder hier bei seinem momentanen Lieblings-Let's-Play würde ich nicht sagen, aber wie ja vorgestern schon gesagt, oder gestern gesagt, es ist wirklich schön, wie schnell man hier eine Folge aufgenommen hat, gerendert hat und hochgeladen hat. Bei GTA 5 und bei The Whispered World, da dauert es leider etwas länger, aber keine Sorge, da wird es heute auch noch ein paar Folgen geben. Ja, ich hoffe, dass die nächsten mindestens 20 Minuten hier jetzt positiv für uns verlaufen, dass wir dieses schöne Level dann tatsächlich mal schaffen. Und ja, ich habe beschlossen, nochmal von vorne anzufangen. Also von ganz von vorne. Nein. Mit Eli zusammen versuchen wir das jetzt hier zu rocken. Bumm und Bumm. So. Jetzt das Ganze ein wenig... Ach, guck mal, guck mal! Mhmmm. Ich muss also gar nicht... Oh, nö. Das... Bleib doch mal ruhig stehen. Ist doch zum Mäusemelken hier. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Nee, da müssen wir hoch. Schawumm. Hahaha. Hep! Oh, fast abgerutscht. Lecko mio! So. Jetzt... Nein. 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 Aber so könnte es jetzt funktionieren. Äh... Würdest du mal... Nein. Ach man, Eli! in den Hintern gebissen. Wie soll man das denn schaffen? Was, die verschwinden? Wie assi ist das denn? Nein. Eli! Nein. Das kann jetzt nicht sein. Mann! Eli! Da... Wie... Wieso hat das da jetzt gemacht? Nein, nicht springen. Nein, aber da... Ich hab sie schon mal gesehen. Oh, Mann! Ja, nein! 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 Nein, auch wieder nicht! Och, Kingers! Ey, wie soll man das denn beim ersten Mal schaffen? Ich weiß, ihr werdet euch jetzt sicherlich an die Stirn klatschen und sagen... Ach, auf den Fisch drauf! Was ist das denn für ein Fisch? Ach! Mann! Och! Ey, was? Ganz ruhig bleiben. Ihr könnt gerne weiter scrollen unten in die Timeliste. Das wird hier wahrscheinlich nichts mehr werden. Nein, 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 nein! Ey, was ist das denn für ein Level, bitte? Ey! Ja, ja, das ist das. Okay. Ich habe... Y! Ah, das ist okay. War das jetzt gut? Ne, da... Oh, Gott sei Dank. Bumpf! Cool! Nein, das... Ach, scheiße! Sche... Oh! So, das war die. Können wir den Fisch da vielleicht... Ne, schade. Ne, da unten ist auch nichts. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, da unten wäre irgendwas. Aber dem ist leider nichts erwartet. Das fassen wir mal mit. Man weiß... Hm, ja, nee, wofür man es gebrauchen kann. Ähm... Oh, nein. Jawohl. Oh nein, nicht schon wieder! Oh! 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 Aha! Aber wieder die Donkey Kong Münze. Das ist sehr schön. Das kommt auch wieder... Nun, komm! Was können wir sonst hier noch machen? Wieso ist denn da... Oh! Zwischenspeicher. Wieso ist da oben... Nein. Eine Biene. Das ist sehr komisch. Warum? Cool. Oh, guck mal, wie süß. Aber er schwimmt nicht. Also, ich meine, er schwimmt an der Oberfläche, aber er kann nicht so runtergehen. Das ist ja scheiße. Okay. Da unten haben wir... Okay, dann müssen wir jetzt wieder fässern. Nein! 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 Da! My F! So, jetzt aufpassen. Einer. Hey, wieso... Verschwindet die denn? Wo ist das? Ach, das K habe ich ganzes Anfang... Oh, nö! Warte, warte. Bum! Haha! Aber der geht echt nicht unter. Hm, das ist ja wieder sehr merkwürdig. Nein! Da, wie... Wie soll ich denn... Eli! Wie sollen wir dann runterkommen? Ölü! Ah, okay, ich hab's verstanden. Shit. Äh, Mann! So nämlich, haha. Masse muss erstmal mit Schwung untergehen, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. So, sammle 10 Ster... Ah, ich wusste es. Ja, okay. Warum? Warum macht man mal so schwere wie eben und dann wieder so einfere wie jetzt? Also, ich verstehe das nicht. Das ist doch... Nie mehr normal ist das. Nein! Ach, wir haben... Trink, 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 trink! Ach, guck mal, wie niedlich! Ach, wieder zwei Lebens. Das ist ja schon... Du bist... Du bist... Du bist du! Du bist du! Lalalala! Und dich schmeiß mal... auch ab! So, komm, trinken! Nein! Nein, nein, nein! Trinken, 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 trinken! Oh, das ist so niedlich! So, jetzt könnte so langsam aber auch das Ziel kommen. Hm. Nein, das war es nicht. Die, die, die... Wieso komme ich denn da unten durch? Das ist ja schon wieder sehr komisch. Nein, nein, nein! Du sollst... Du sollst... Was machst du denn, Öl? Jetzt? Ja, sehr schön. So, hier haben wir zwei Fässer. Pudding im Schuh. Hm. Na? Geht doch. So, ich hoffe, dass wir... Oh, Öli! Tschüss, Öli! Was ist denn mit dir? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wieder eine rosa Fahne. Und drückt mir die Daumen, dass ich alles habe. Ja! Fässer-Fiasco! Tja, da unten die zwei Level, die sind mir jetzt irgendwie ein bisschen suspekt. Beim einen fehlt mir die Donkey Kong-Münze, beim anderen fehlt mir irgendein Geheimnis. Gut. Cool. Ach, schieß Vorrat. Und was ist das für ein Vorrat? Ach, nein! Oh, kacke! Rot, rot, gelb, gelb, gelb. So einfach! Wo ist mein Zettel? Von letztem Mal. Wir hatten rot... Moment. Rot hatten wir... da, und gelb war... noch ein Bananienvogel und beide freuen sich. Ich habe grün, gelb und rot. Eine Farbe fehlt mir noch. Die muss ich mir noch irgendwie organisieren. Jetzt geht er wieder rein. So, das hätten wir noch. Achis Vorrat. Achis Vorrat. Äh, oh Gott. Das ist, äh... Archis Hinterhalt. Oh, ho, 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 ho. Das scheint der Endboss zu sein. Und ich hatte recht. Ist das ekelhaft. Toll. Ähm. Cool. Ähm, was? Schitte. Es ist einmal so richtig ekelhaft, der Gegner. Bleh. Aber ich weiß, ihr sagt jetzt alle, ne, was sagst du gegen Spinnen? Hallo. Hm. Das ist doch nicht wahr. Komm mal wieder runter hier. Scheiße. Mann. Aha. Nun komm mal wieder runter. Und wieder runter. Uiuiuiui. 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 Nicht treffen lassen. Scheiße. Boah. Nein, schon wieder. Nein, ich bin reingesprungen. Ja, da kannst du knatschen. Das ist gerechtfertigt. Das ist gerechtfertigt. Und hepp. So. Warum nicht gleich so? Ach, nur. Warte, 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 warte. Und wieder runter. Und jetzt versuchen, die Mitte zu treffen. Jawoll. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Madrid. Da hatten wir auch eine... Oh Gott, das war knapp. Eine Spinne, von der haben wir dann... Was haben wir von der überhaupt bekommen? Ich weiß es gar nicht. So. Und wie viele Treffer braucht die? Nein. Ach, scheiße. Scheiße. Nein. Das war gemein. Das war so gemein. Mann, ich will mein Leben nicht verlieren. Das ist doch kacke. Jetzt sag mir nicht, ich kann hier nicht wechseln. Doch, kann ich. Wollte schon sagen. Komm hier. Und sie hängt die ganze Zeit nur an einen Faden. Das ist auch sehr... Lustig. Der Faden reißt vor allem nicht. Oh, oh, oh. Nein. Nein. Der selbe Fehler wieder. Ach. Im Rüberflug. Im Rüberflug. Habe ich es noch gesagt. Das kann doch nicht sein, dass ich so lange an diesem einfachen Gegner hänge. Was, jetzt schon? Ach so, komm. Ach so, jetzt spuckt sie erst mal wieder. Ach so, ich will es auch jetzt ehrlich gesagt nicht probieren, irgendeine andere Stelle zu probieren. Das funktioniert nämlich gerade so gut. Ach so, jetzt schießt sie wieder. Boah. Boah, das ist jetzt gemein. Ja, 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 ja. Oh. Oh. Sie wird schneller und arschiger. Das ist ja jetzt gemein. Komm, komm. Ha. Oh, 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 oh. Wie geil. Ein Pflaster? Wir haben ein Pflaster gesammelt. Wie geil. Wir haben die Welt geschafft und haben dafür ein Pflaster bekommen. Cool. Cramwood Forest ist geschafft. Leider nicht ganz, wie ich es mir gerne vorgestellt habe, aber wir haben es geschafft. Und es geht weiter bei Blunders Bude. Und wie es hier aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Ein bisschen mache ich noch. Ach, guck mal, wieder ein Bär. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit, Kongs. Ich heiße Blunder, doch du darfst mich... Du meinst also, du findest alles in diesem Spiel? Dann kennst du noch nicht einmal die verlorene Welt. Ich wusste es. Ups, jetzt habe ich mich wohl verplappert. Lappert. Super. Und warum hauen die jetzt ab? Nur weil er von der verlorenen Welt gesprochen hat? Ja, wo ist die denn? Hä? Müssen wir hier wieder zurück? Orangatanga sehen. Mann, ich will die Donkey Kong-Münze und das Geheimnis. Schreibt es mir in den Kommentaren, wo die sind. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Hä? Hier geht es doch nirgendwo weiter. Geh mal da rein. Ja, toll. Ein Flicken abgefahren. Genau den suche ich. Was? Den müssen wir dem geben? Also Kongs, in ein paar Sekunden hast du das abgedrehtste Gefährt, das die Welt je gesehen hat. Wie geil ist das? Was macht der denn jetzt? Hovercraft. Wie cool. Wir haben ein neues Gefährt. Wie geil. Geh... Mach es gut. Wie geil ist das denn bitte? Aber wir kommen da nicht drüber. Aber das heißt, wir können jetzt hier über die... Ja, über die Sta... Oh, wie geil. Guck mal hier mit Wasser fällen. Dieses Spiel ist einfach nur zu geil. Oh Gott, guckt euch dieses riesen Areal an. Geh mal hier. Hallo. Wie geil. Da ist wahrscheinlich auch wieder ein See. Jawoll. Ich wusste es. Konghöh... Die Konghöh... Wir haben die Konghöhle gefunden. Oh nein. Gelb. Blau. Rot. Gelb. Rot. Oh Gott. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, was blau ist. Was haben wir denn hier alles? Ähm... Ne, das ist es auch nicht. Ne. Das war... Uppala. Das war das Falsche. Okay, wir versuchen noch rauszufinden, was blau ist. Das merke ich mir jetzt eh gar nicht. Ich habe nämlich grün, gelb und rot. Die Tasten habe ich. Mir fehlt hier sozusagen blau. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Das ist sie nicht. Höh? Hoppla. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht.